Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir darüber, weshalb ich die DJI Mini 4 Pro zurückgegeben habe, weshalb ich mich als Zusatzdrohne hier für die DJI R3 entschieden habe und warum ich in gewisser Weise für beide Drohnen keine ganz klare Kaufempfehlung für dich geben kann. Der Grund für dieses Video ist nicht, dass ich den Kontakt zu DJI suche, sondern mehr, dass ihr mir geschrieben habt aufgrund meiner Instagram-Story, dass ihr gerne wissen wollt, warum ich die DJI Mini 4 zurückgegeben habe, warum ich damit unzufrieden war, was mich daran enttäuscht hat, also wirklich eine ganze Menge von euch hat das Ganze interessiert und ich dachte, ich mache spontan dieses Video. Das heißt, das ist nicht das Topic, was sonst in meinem Kanal hier vorkommt, also das Thema Drohnen, aber ich möchte es gerne aufgreifen, weil es wirklich viele von euch interessiert hat. Fangen wir an mit der DJI Mini 4 Pro. Gekauft habe ich sie mir vor allen Dingen als Ersatz- oder als Zusatzdrohne, weil meine Mavic 3 aktuell in der Reparatur noch sich befindet und ich quasi auf Kurzhand noch eine Ersatzdrohne brauchte und ich dachte, die Mini 4 Pro macht durchaus Sinn, weil die ist klein, kompakt, leicht, nicht ganz so teuer natürlich auch und man bekommt für unter 1000 Euro ein Fly-More-Paket, ähnlich wie dieses hier und du kannst die quasi fast überall fliegen, weil sie unter 250 Gramm liegt. Also die Vorgaben auf der Liste waren sehr positiv für mich, also meine Wünsche wurden fast alle erfüllt im Sinne von, das passt für überall und die nehme ich mit dazu und die habe ich als Drohne dabei, wenn ich mal kleinere Geschichten mache, wo quasi die Drohne ihre Vorteile ausspielen kann aufgrund der Größe und so weiter und ich dachte, das macht total Sinn. Habe sie mir zugelegt und hatte sie auch direkt in den Bergen dabei, vorletzte Woche in Oberstdorf und ich war auch bei recht viel Wind unterwegs und dachte, ich kann sie dort direkt mal auf Herz und Nieren testen und ich muss sagen, es war gut, dass ich sie dort dabei hatte, denn ich konnte dort direkt einiges ausprobieren, also gegen den Wind fliegen, in 100 Metern Höhe fliegen, was eben maximal nur erlaubt ist mit dieser Drohne, die Akkukapazität, die Bildqualität für die Fotos, aber auch die Videogeschichten, ich konnte damit schon recht viel machen, auch das Thema Stabilität, was die Übertragung betrifft und so weiter und so fort und ich habe mich, wie ihr seht, dann gegen die Drohne entschieden und auf diese Gründe möchte ich gleich zu sprechen kommen. Punkt Nummer 1 ist natürlich immer, bevor du dir eine Drohne kaufst, warum kaufst du sie, wofür brauchst du sie und was hast du perspektivisch damit vor? Das sind die Dinge, die du dir im Vorfeld sowieso selbst beantworten musst, wenn es darum geht, kaufst du dir eine Drohne und wenn ja, welche, von welchem Hersteller, in welchem Preissegment und so weiter und so fort und DJI macht das sehr intelligent, denn es gibt, wie auch bei Kameraherstellern und Autoherstellern und so weiter, gibt es verschiedene Sparten und in den dementsprechenden Segmenten wird dann mit dementsprechenden Produkten auch die Zielgruppe bedient und da gibt es die Mini-Serie, dann gibt es die Mavics, das sind also dazwischen die Air, aber vor allen Dingen die Mavic und die Minis als große Klassen und dementsprechend dazwischen und darüber auch noch andere verschiedene Modelle. Für mich interessant waren bisher immer die Mavic-Modelle und keine Drohne darunter und die darüber waren einfach zu teuer, obwohl sie schon ziemlich interessant sind, aber ich habe mich immer für die Mavic-Modelle entschieden in der Vergangenheit, weil sie einfach für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatten, den besseren Sensor, die bessere Akkukapazität, ich konnte länger fliegen und und und. Das war für mich immer der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich nehme die Mavic, obwohl sie viele Sachen auch nicht hat. Okay, so weit, so gut. Jetzt ist es so, dass ich die Mini 4, nicht die Mavic, die Mini 4 Pro in den Bergen dabei hatte und recht schnell feststellen musste, dass einige Sachen mich tatsächlich echt gestört haben und nerven. Und das ist jetzt kein Bashing gegen DJI oder gegen die Mini 4 Pro. Wenn du sie hast und damit glücklich bist, dann mag ich ganz dagegen sagen, das sind jetzt eher so meine Eindrücke und auch meine Emotionen zu diesem Thema, denn ich bin, muss ich sagen, sonst eher nicht so, aber hier bin ich echt sehr emotional geworden und ich muss da ein bisschen ausholen. Ich hatte die Mini 4 Pro in den Bergen dabei, wie gesagt, und dachte, das ist der ideale Test bei diesen Bedingungen. Es war am Morgen auch noch recht feucht draußen. Ich dachte, komm, da testest du das gleich mal aus und kannst alles ausprobieren. Am Ende war es so, dass die Drohne total Probleme hatte, gegen den Wind standzuhalten. Also wenn du im Wind geflogen bist und etwas stärkere Wind war, war es schon fast unmöglich, mit der Drohne irgendwie zu starten. Da musstest du dir wirklich schon eine Stelle suchen, wo es fast windstill ist, weil sie selbst ohne bewegende Rotoren schon fast weggeflogen wäre, weil sie einfach so leicht ist. Okay, das lässt sich lösen, indem sie aus der Hand startet oder indem du irgendwie eine Ecke findest, wo das Ganze funktioniert. Aber das Problem ist nicht gelöst, wenn die Drohne in der Luft ist. Da muss ich sagen, selbst in den Bergen, wo keine orkanartigen Böen waren, war es für mich echt schwer, mit der Drohne überhaupt voranzukommen. Und da war ich echt 20 Meter hoch vielleicht, lass es 30 Meter sein, höher war das nicht. Und das ist natürlich keine Höhe für eine Drohne. Und da dachte ich schon das erste Mal, okay, also wenn die Drohne mit dieser Höhe Probleme hat, bei diesem, sag mal, moderaten Wind, wie soll das dann mal sein, wenn ich an der Küste bin oder wenn ich an einem See bin, wo bis denn freier die Fläche ist, wo vielleicht der Wind noch stärker durchwehen kann oder wenn ich einfach mal bei 80 Metern, 100 Metern Höhe bin. Das kann dann mega tricky werden und im Zweifel ist die Drohne weg oder kaputt, wie meine Mavic 3 aktuell. Und das möchte ich natürlich nicht. Also möchte ich, dass die Drohne relativ sicher in der Luft steht und auch wieder sicher zurückkommen kann. Da hatte ich schon echt arge Probleme. Okay, das war das erste Thema. Das zweite Thema, was ich festgestellt habe, war auch die Übertragungsgeschwindigkeit, sag mal Geschwindigkeit, weil stabil war das Bild, also du bekommst echt gut stabil dein Videosignal, dein Bildsignal, alles übertragen. Das funktioniert super. Aber ich bin jemand, der gern nach den ersten Aufnahmen nochmal in der Mediathek, in der Fernbedienung nachschaut, wie sind die Aufnahmen geworden. Weil das Live-Bild ist das Live-Bild, aber am Ende nochmal reinzuschauen, wie sieht die Belichtungsreihe aus oder wie sieht das Video aus, passt das vom Ausschnitt her, was ich gerade eben aufgenommen habe. Da überprüfe ich gern, wenn die Zeit ist, was ich getan habe, was gerade aufgenommen wurde. Und da muss ich sagen, da war die Übertragungsgeschwindigkeit, nicht die Qualität, aber die Geschwindigkeit, echt, echt schwach. Also nochmal im Vergleich, das ist der RC-Controller in der ersten Generation, den gibt es zu den Mavic-Kameras, äh, zu den Mavic-Drohnen, sorry. Und das ist der RC-2-Controller. Und der RC-2-Controller hat mit der Mini 4 Pro, das wissen viele gar nicht, ich wusste es auch nicht im Vorfeld, nur eine etwa halb so schnelle Verbindungsgeschwindigkeit, wie dieser quasi ältere Controller. Der ist neuer, hat auch richtige Antennen dran, was eigentlich super ist, gerade für die Stabilität der Verbindung. Ich bilde mir auch ein für die Übertragungsgeschwindigkeit. Ähm, das war aber nicht so mit der Mini 4 Pro, es war echt total lahm. Ich musste gefühlt doppelt so lange warten, bis ich dann mal die Bilder an der Vorschau sehen konnte. Das war hier nie ein Problem. Hier finde ich erst die Verbindung ein Problem, die bricht sehr schnell ab. Hier jetzt weniger, ähm, ja, das ist wieder so ein Trade-off, was brauchst du, was möchtest du. Und das war das zweite Mal, wo ich mich geärgert habe. Also wir haben das Problem mit dem Wind, mit der Höhe, wir haben das Problem mit der Übertragungsgeschwindigkeit. Und da muss ich auch sagen, dass die Drohne an und für sich einen sehr, sehr minderwertigen Eindruck macht. Also die Verarbeitungsqualität, ja, das sind Plastikbomber. Und ich habe auch mit Daniel geschrieben, Grüße gehen raus, er sagt auch, das ist eine echt Plastikbomber. Ja, okay, klar, für den Preis, okay, was willst du erwarten? Aber für fast 1.000 Euro, auch wenn ich die gute Kamera, die drei Akkus dabei habe und die Fernbedienung erwarte ich schon für 1.000 Euro eine etwas bessere Verarbeitungsqualität. Und es fasst sich alles wirklich wie Spielzeug an und nicht wie eine Drohne von DJI. Es fasst sich nicht hochwertig an. Alle Anschlüsse, das kann ich auch mal zeigen, selbst die Anschlüsse hier hinten an der R, die kostet natürlich ein bisschen mehr als die Mini 4 Pro. Aber so gehört sich das für mich. Also die Anschlüsse sind hier hinten alle, ich konnte es hoffentlich sehen, die Anschlüsse sind zu, die sind verkleidet. Das heißt, mein USB-C-Anschluss zum Laden oder zum Übertragen der Daten und mein Anschluss für die SD-Karte, das ist alles verkleidet und so muss das für meine Begriffe sein. Wenigstens so eine kleine, einfache Plastikkappe drüber. Aber das ist auch alles bei der Mini 4 Pro offen. Und da hatte ich echt an dem letzten Morgen in den Bergen so ein bisschen meine Bedenken, ob das ganz gut ist, wenn ich jetzt hier im Gras auf den Felsen starte, die noch ein bisschen feucht sind und die Drohne lag nicht im Gras, in der Feuchtigkeit, aber die Steine sind nass, das ist alles ein bisschen rutschig, glitschig und wenn sie dann landet, weiß ich nicht, ob das dann auch ideal darauf zielt, dass dann quasi nichts aufgewirbelt wird an Feuchtigkeit. Und da habe ich einfach so meine Bedenken mit, ob die Technik das dann abkann. Weil es ist halt alles offen, es ist alles unverdeckt und fasst sich auch nicht gut an. Und da habe ich einfach, ich persönlich kein Vertrauen darin, dass das Ganze gut hält und gut funktioniert. Und come on, also wenn ich mir eine neue Drohne kaufe, auch die kleinste in der Klasse, das ist eine Pro-Drohne. Und bei Pro erwarte ich schon, auch wenn die inneren Werte wohl recht gut sind mit der Kamera, erwarte ich einfach auch, dass ein paar Sachen mit dazu funktionieren. Beispielsweise die Abdeckung von den Anschlüssen und auch so ein bisschen Verarbeitungsqualität. Da erwarte ich so ein bisschen Rotoren eher in diese Richtung. Auch wenn sie nicht so groß sind und die Drohne nicht so teuer ist, erwarte ich trotzdem so ein bisschen DJI-typische Qualität. Und die hast du bei der Mini 4 Pro nicht. So, jetzt wirst du dich fragen, warum habe ich mir die DJI Air 3 zugelegt? Ist die jetzt deutlich besser? Nein, ist die nicht. Definitiv nicht. Und sie bringt auch andere Nachteile wiederum mit sich. Die muss ich einfach jetzt in Kauf nehmen. Aber sie ist im Gesamtpaket für mich persönlich die bessere Drohne, die viel bessere Drohne als die Mini 4 Pro. Es sei denn, du hast eine ganz spezielle Situation. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Die Air 3, ich möchte jetzt keine Spezifikation auch vorlesen. Wie gesagt, das können andere YouTube-Kanäle viel besser als ich. Hat natürlich den gleichen Bildsensor wie die Mini 4 Pro. Das ist der 48 Megapixel-Sensor, dieser kleinere Sensor als von der Mavic 3. Ich habe allerdings hier eine zweite Linse drin. Und das ist ein Vorteil und es wäre auch ein Vorteil für die Mini 4 Pro, weil du aufgrund der Akkuleistung ähnlich zu weit fliegen kannst und nicht zu lange in der Luft bleiben kannst. Und dann ist es von Vorteil, wenn du eine zweite Linse drin hast, auch bei der Mini, und mal reinzoomen kannst. Für so einen kurzen Flug, für ein kurzes Bild wäre das ideal. Du sparst dir eben so ein bisschen mehr an Flugzeit. Und das macht bei der Mini 4 Pro durchaus für meine Begriffe sind. Das hat die R3 jetzt auf jeden Fall drin. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, aber es ist natürlich ein Argument, um zu sagen, hey, ich kann zum einen fast doppelt so lange in der Luft bleiben wie mit der Mini 4 Pro, auch wenn es die Größe und etwas schwerer ist. Aber ich habe vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mit den längeren Flugzeiten noch mehr rauszuholen, noch mehr mit den Perspektiven zu spielen. Und da verspreche ich mir ziemlich viel davon. Auch die Übertragungsqualität und Geschwindigkeit ist besser als bei der Mini 4 Pro. Und natürlich ist die Drohne größer. Natürlich ist sie schwerer, natürlich ist sie lauter. Also die Mini 4 Pro, die hörst du ab, ich sag mal, ab drei, vier Metern aufwärts hörst du sie fast gar nicht mehr. Es sei denn, du hast starken Gegenwind, orkanartige Böen und so weiter, wo man sowieso überlegen sollte, ob man fliegt. Aber alles, was etwas stärkere Wind ist, dann hörst du die Drohne auch sehr stark, sehr laut, auffällig laut, muss ich sagen, auch wenn sie sehr klein ist. Das ist bei den Mavics oder bei den Größen von Drohnen eher weniger das Problem, weil sie einfach besser in der Luft liegen, wenn mehr Wind geht. So, jetzt ist die Frage, ist das die bessere Drohne für mich? Ich habe gerade eben gesagt, jein. Nein, ein ganz klares Ja gibt es nicht, weil die Drohne natürlich wieder viel größer ist und sie geht eher in die Richtung Mavic 3 Größe, auch vom Gewicht und von all den Möglichkeiten und von den Dimensionen ist das eher in die Mavic-Richtung angesiedelt, aber hat natürlich eine nochmal etwas minimal, aber doch signifikantere, längere Flugzeit als die Mavics und ich muss sagen, für die meisten Produktionen, also was Social Media Content betrifft, da ist die R3 ausreichend und du bekommst in diesem Fly More Paket, was du hinter mir siehst, also mit der Drohne, mit dem guten Controller, der neue, drei Akkus, du hast das Ladecase dazu, du hast auch noch diese Tasche hier, die hast du auch dabei, du hast noch verschiedene Zusatzsachen mit dabei, du hast noch mehrere Rotoren dabei, du hast ein Ladekabel dabei, das macht schon Sinn, wenn man sich die R3 kauft, dann einfach für 300 Euro ungefähr, jetzt aktueller Preis, mehr, dieses Fly More Paket dazu zu holen, weil du einfach einzeln viel teurer wärst und die Akkus sind jetzt nicht unbedingt so billig, also es macht total Sinn, das Fly More Paket zu nehmen, auch bei der Mini 4 Pro. Die Unterschiede zum Mavic 3, ich habe es gerade eben mit dem Controller gezeigt, auch der Akku, kann ich eben noch zeigen, der Akku ist auch fast so groß wie von der Mavic, das ist der Akku von der Mavic 3, das ist der Akku von der R3, das nimmt sich fast nichts, also minimal, der Akku hier, der ist noch ein bisschen höher, minimal schwerer, aber auch hier kann man, das fällt gar nicht mehr ins Gewicht, also wenn du das mitnehmen kannst, kannst du das eigentlich auch mitnehmen, also es gibt eigentlich keinen Grund, dann die Mavic nicht zu nehmen, es sei denn, ich habe spezielle Anwendungen, wie beispielsweise Video- und Hochformat, das ist für mich so ein bisschen das Feature, was ich auch bei den Mavics vermisse, Foto und Video im Hochformat nativ aufnehmen zu können, das ist wirklich genial, auch bei der Mini 4 Pro, also nur die Minis können das ja, das ist wirklich genial, man bekommt einfach nochmal bessere Perspektiven durch das Hochformat hin, schaut euch mal dieses Bild an von Oberstdorf, das ist eben der Vorteil von dem Hochformatigen aufnehmen. Und ich bilde mir ein, das geht technisch mit den Mavics, DJI möchte das aber nicht, vielleicht weil es dann kein Argument, keinen Kaufanreiz für die Minis mehr gäbe, vermute ich, weiß ich nicht, von so her bleibt abzuwarten, ob das vielleicht später in die Mavic 4, Mavic 5 irgendwann doch mal reinkommt, für die, ich vermute mal für die Pro-Modelle, die dann sowieso drei, vier Kameralinsen drin haben, die können dann auch noch Hochformat und kosten dann 300.000 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das tatsächlich das Kriterium für mich, wo ich sage, das macht Sinn, weil, jetzt kommt es, wenn du die Videos in Querformat aufnimmst, in 5,1K wie mit der Mavic 3, dann könnte man auch ohne Probleme zuschneiden, im Hochformat, und man hat immer noch ungefähr über Full HD in der Auflösung an Video übrig, und das reicht für Social Media, das reicht für Shorts auf YouTube, das reicht für das meiste aus. Aber, was mache ich denn, wenn ich mir nicht sicher bin, wo zentral jetzt quasi ich aufgenommen habe, also zentral im Sinne von, ich möchte ja nun schon im Vorschaubild sehen, wie sieht es zugeschnitten am Ende aus, weil das ist für mich schon entscheidend, wie ich fliege, welche Perspektive ich wähle, kreise ich da rum, fliege ich darüber top down, und so weiter und so fort, und wenn ich das von vornherein nativ in diesem Display sehen kann, dann kann ich viel besser beurteilen, was für ein Ausgangsmaterial kommt, als wenn ich dann später im Edit zehnmal das Video hin und her schieben muss, bis es dann passt und noch stabilisieren muss, das ist zu kompliziert, das mache ich seit vielen Jahren so, aber ich finde, das ist echt mega kompliziert, und es macht das Leben deutlich leichter und deutlich einfacher, wenn ich von vornherein den Sensor quasi so beschneiden kann, 2,7K glaube ich, kann die R3 im Hochformat filmen, und das reicht völlig aus, also es ist mehr als die Qualität in Instagram, in Hochformat-Videos, beziehungsweise für Shorts, da reicht in der Regel immer noch Full HD aus, und ich sehe vor allen Dingen gleich nativ, wo komme ich hier raus, also wie sieht das Video aus, wie muss ich fliegen, dass es passt, und ich muss nichts am Ende zuschneiden, sondern kann direkt mit dem Video rausgehen, muss es so noch editieren, ein bisschen zuschneiden, aber ich muss hier nichts mehr schieben und rücken, dass es dann passt, und das ist ein riesen Kriterium für mich, gepaart mit der langen Flugzeit und der deutlich besseren, der deutlich besseren Verarbeitungsqualität, wo ich sage, da macht die R3 einfach total Sinn. So, und jetzt wollte ich dir nur sagen, welche Drohne macht für dich Sinn, wenn du jetzt losgehst, weil viele von euch haben mich gefragt, ja, ich wollte die Mini 4 schon kaufen, ich überlege ernsthaft, es gibt natürlich Argumente, Leute, die für den Mini 4 Pro immer noch sprechen, und zwar das Thema Packmaß und das Thema, wo darfst du fliegen, im Sinne von, wo sind Begrenzungen, also fliegst du in Innenstädten, ja, über Menschenmengen darfst du ja nicht fliegen, ist ja, denn du hast dementsprechende Genehmigungen dir eingeholt, aber wenn schwierige Konstellationen, quasi Indoor-Flüge oder in engen Gassen fliegen, Thema sind, und du hast nicht viel Platz, dann ist die Mini Drohne, auch die Mini 3, immer noch die bessere Drohne, und wenn du in den Urlaub fliegst und möchtest im Handgepäck ein bisschen was mitnehmen, du nimmst eine Kamera mit, zwei Objektive, möchtest eine Drohne aber dabei haben, mit der du noch ein bisschen mehr machen kannst, dann macht die Mini 3 oder Mini 4 völlig Sinn, weil du bist klein, leicht, auch nochmal deutlich günstiger, gerade was den Verlust betrifft, wenn doch mal was passiert unterwegs, das wiegt halt auch alles nichts, selbst die Akkus von der Mini 4 Pro, ich dachte mir, da ist ja gar nichts drin, die sind leer, also das wiegt quasi nichts und das macht für mich total Sinn, wenn du eine Tasche hast, alles muss rein, du hast auch nicht viel Platz generell ringsherum, dann schau dir bitte die Minis an, weil die einfach da die bessere Lösung sind. Und der Sensor ist ja der gleiche wie hier und ja, du hast die zweite Linse nicht drin und ja, du hast die lange Flugzeit auch nicht, okay, aber in Anbetracht der Möglichkeiten, die sie dir bietet, aufgrund des Packmaßes, ist das einfach ein Killer Feature, da kommt halt keine andere Drohne ran. Und das ist für mich aber das einzige, der einzige Case, den ich sehe, wo so eine Drohne noch Sinn macht. Wenn du aber sagst, du möchtest eine Drohne dir kaufen, mit der möchtest du alles machen, also wirklich alles, alles im Sinne von auch ein bisschen länger fliegen können, ein bisschen mehr in der Luft auch ausprobieren können, dann empfehle ich dir, unter der R3 nichts anzuschauen bei DJI. Also dann würde ich mir wirklich die R3 anschauen oder die Mavic. Wenn du sagst, das Hochkantfilm, das ist nicht so wichtig für mich, ich mache das auch im Landscape-Format, dann schau dir eher noch die Mavic-Serie an, die Mavic 3 Classic kostet zum Beispiel fast genauso viel wie die R3. Das nimmt dich gar nicht mehr so viel und dieser etwas mehr Aufpreis, geringfügig, der ist natürlich deutlich besser angelegt für meine Begriffe, besser investiert, weil du eine viel bessere Bildqualität bekommst. Du hast einen viel höheren Dynamikumfang, auch als diese Drohne. Du kannst bereits mit einem gut aufgenommenen Bild viel mehr rausholen in der Nachbearbeitung, auch in den Videos, als mit dieser oder mit der Mini 4 Pro. Also das solltest du einfach gut überlegen. Wenn du einmal sagst, ich gebe irgendwas um die 1000 Euro, 1500 Euro aus, dann kann ich dir tatsächlich die R3 sehr ans Herz legen, weil sie mit dem Fly More-Paket echt viel bietet, was es eigentlich nur im Mavic-Bereich gibt. Und wenn du sagst, ich möchte aber das letzte Quäntchen Bildqualität noch rauskitzeln können, dann musst du die Mavic natürlich nehmen und musst vielleicht auch dann das Fly More-Paket kaufen. Was dann aber in der Summe, in der Gänze nochmal deutlich teurer kommt als dieses Paket, ist ja denn, es gibt gerade eine Aktion. Daher schau dir einfach mal da dann rein oder dort rein, wenn du sagst, die Mavic ist dann doch eher was für dich. Ich hoffe, das war jetzt kein Bashing gegen die Mini 4 oder alle, die jetzt sich die Minis anschauen wollen, aber für viele ist natürlich auch das Thema, was kaufe ich, wie viel gebe ich aus, lohnt sich das heutzutage noch in die Drohnen zu investieren. Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht schwer geworden, mit Drohnen fliegen zu dürfen, fliegen zu können, also ohne Genehmigungen auf freien Flächen und meistens willst du an einem See fliegen, meistens willst du in den Bergen oder an der Küste schon mal fliegen und dann geht es schnell los mit Landschaftsschutzgebiet, mit Naturschutzgebiet, mit verschiedenen Begrenzungen in den Bereichen, wo es einfach generell verboten ist. Da sprechen wir nicht mal von gefährlichen Gegenden im Sinne von Unglücksorte, Autobahnen oder Flughäfen oder so. Es ist halt sehr schwer geworden in Deutschland beziehungsweise in der EU einfach zu fliegen. Es geht natürlich immer noch, aber ich verstehe eure Bedenken in der Hinsicht, lohnt sich die Anschaffung einer Drohne überhaupt noch? Ich bin persönlich der Meinung, wenn ja, wenn du das machst, schau dir eher die R3 an. Im Zweifel probiere beide aus, die Mini 4 und die R3, aber wenn du die Mini 4 kaufst und sagst, dann das ist Mist, die ist einfach doch zu leicht, doch zu schlecht verarbeitet. Ich habe es jetzt gesagt, das ist dann deine Entscheidung. Ich würde sie definitiv nicht mehr wählen und du darfst nicht vergessen, die Mini 4 Pro ist auch in der Höhe begrenzt. Es gibt natürlich auch Bereiche auf der Welt, wo du höher fliegen kannst oder eben mit Genehmigung deutlich höher als 100 Meter fliegen darfst. Dann ist die Mini 4 Pro schon auch wieder nicht geeignet, weil sie von Haus aus begrenzt ist. DJI setzt hier die EU-Vorgaben um, sodass du quasi von Haus aus gar nichts mehr daran regeln kannst. Es gibt YouTube-Videos, das muss ich auch dazu sagen, die zeigen, dass man angeblich die Drohne im Flug über die Fernbedienung dann doch freischalten kann, dass man quasi diesen Regler auf 500 Meter hochziehen kann, dass das geht. Ich habe es nicht ausprobiert und ich habe auch ehrlich gesagt im Flug diesen Punkt nicht gefunden, dass das geht. Wenn euch das interessiert, ich gebe dazu keine Empfehlung ab, aber ich habe gesehen, dass es YouTube-Videos gibt, die das zeigen, dass es angeblich doch geht. Da wäre ich allerdings vorsichtig, vor allen Dingen, wenn du in der EU fliegst, in Deutschland fliegst und dann quasi deutlich höher bist und dann passiert noch irgendetwas. Das ist natürlich am Ende auch wieder deine Entscheidung. Da möchte ich keine Empfehlung dazu abgeben. Noch ein kurzes Schlusswort. Ist jetzt die R3 der Ersatz für eine Mavic 3? Nein, ganz klar nein. Also die R3 ist auch wieder weder Fisch noch Fleisch, könnte man noch sagen, aber sie ist für meine Begriffe die deutlich bessere Drohne. Ich habe es gerade eben erwähnt, als die Mini 4, dass ich es nochmal wiederholt habe, Ausrufezeichen. Die R3 ist es tatsächlich nochmal deutlich besser als die Mini 4 Pro. Außer für die, die eine Weltreise machen, die eine Kamera, zwei Objektive und doch die Drohne dabei haben wollen, für die ist es alles nichts. Die müssen sich auf die Mini 3 oder Mini 4 beschränken. Kann man sich die Mini 3 Pro noch kaufen und anschauen? Ja, natürlich. Die hat natürlich nicht mehr, nicht die Leistung wie die Mini 4 Pro, gerade was Reichweite betrifft und gerade auch was den Sensor betrifft. Aber ich denke, für die meisten von euch, für ein bisschen Foto, ein bisschen Video im Reisebereich, reicht die Mini 3 Pro auch noch deutlich aus. Und die gibt es im Fly More Paket nochmal deutlich, deutlich günstiger als die Mini 4 Pro. Und ich finde, was man da geboten bekommt, da stimmt der Preis. Also da muss ich sagen, das kann man da echt empfehlen. Das kann man durchaus so sagen. Bei der Mini 4 Pro bin ich mir selbst im Angebot nicht so ganz sicher jetzt im Nachhinein. Aber bei der 3er Pro kannst du, denke ich, bedenkenlos zugreifen, wenn die Drohne was für dich ist mit den Leistungsdaten. Schau dir das gerne mal an bei DJI. Da kann man das sehr gut auch vergleichen, wie die Drohnen dementsprechend aussehen und wirken. Und im Zweifel einfach mal ausprobieren. Gehe in ein Elektronikfachgeschäft in deiner Nähe. Da sind die meistens auch ausgestellt. Da kann man zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen. Wie ist die verarbeitet? Das hätte ich wahrscheinlich im Laden mehr machen müssen. Ich dachte, das reicht aus. Das passt schon in der Praxis. Aber ja, aus Erfahrungen wird man klug und kann daraus gute Schlüsse ziehen. Und das habe ich jetzt getan. Ich hoffe, dass das Video jetzt für dich so ein bisschen was an Mehrwert geboten hat. Im Sinne von, ich konnte die Fragen und eure Gedanken, eure Bedenken auch durch eure Nachrichten jetzt ein bisschen aufgreifen. Wenn nicht, schreibt sie mir gerne auch hier unter dieses Video, was sie zu dem Thema Drohnenfliegen in der EU, in Deutschland denkt. Wie ihr das Ganze seht, was ihr von der R3 beziehungsweise von der Mini 4 Pro überhaupt haltet, schreibt sie gerne auch unter dieses Video. Das würde mich sehr freuen, dass sie uns da gerne ein bisschen austauschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.